dann auf auf da sind wir wieder mit pokémon royal alola alola genau stimmt alola auch guckt ihr die alola hörst du mich alola alola ja ja gut gut dann wollen wir doch sexy girls ja irgendwas ein park mit rosa nektar du findest rosa nektar fragt mich wo so außerdem noch mal rosa nektar so aber hier gibt es noch was anderes hier gibt es nämlich einen spot zum pokémon ein spot 1 1 spot ja der hund nee oder so hier sollte irgendwo was für die kamera geben fragt sich wo ich höre was meint ihr vielleicht die ballons hinten meinst du ich glaube nicht ich guck mal aber ich glaube ja pokémon im hit vielleicht im himmel ein pelipper ich höre auch gerade ich würde gerne mal zuhören bisschen und dann anhand dessen ich höre was piepen aber ich höre nicht wo da über dir links links über dir war was da habe ich irgendwas gesehen was oben links ein a ein schönes a das ist schwer das ist echt schwer komm komm zu mir echt gut von hinten oh man oh man kommt zu mir so bax ist doch gerne das war bestimmt gucken wir mal welches davon am wenigsten schlecht aussieht naja nicht ganz mittig aber groß aber schön doch doch im goldenen schnitt angeordnet da würdest du bei uns im kurs gute punkte verkriegen gibt schon kommentare man kann es also auch so ablichten 7,8 von 10 zu viel wasser zu viel himmel katsache nee quatsch warte wo hängst grad bei mir steht da nicht steht da sicher mich nicht so auch sicher mich nicht so steht da nicht genau das wir problem haben ja das steht da nicht keine sorge aber es könnte entstehen ja tolles wetter zum kauf nur der sich ihre weitere kritiker aktuelle bewerbung ist ja nichts ich glaube bis zu meinem nächsten sucher nein ich will es nicht speichern nicht dieses foto ok wenn ich schlecht reagiere liegt sich daran dass ich down syndrom habe ich bin ungefähr zwei sekunden hinter die acht wo du wohnst also nicht in ohana nicht mehr was ist denn hier noch nicht geweiger mit meinen familienmitgliedern zu schlafen dann würde ich aus dem dorf verwiesen hier ist irgendwo was sonderbonbon jawohl was ist das denn da ein haufen holzscheite oder was war das ja das war ein haufen aber nicht holzscheite sind wir eigentlich sind wir eigentlich gladion schon hinterher gegangen in der noch nicht noch nicht ich wollte nur dieses zu gerade dinge haben ich mir dachte könnte man ja gebrauchen ok jetzt können wir langsam mal hinter glade und hinterher gerade schau dir gehabt mit einem halben frame pro sekunde zu ich schlage kleine kinder nein vor wir konzentrieren unsere angriffe auf ein angeschlagenes pokémon und greifen es so lange an bis es besiegt ist auf kinder bis sie besiegt sind ja angeschlagene kinder wirst du beim battle royale von allen angegriffen bist du wohl der stärkste trainer aber eine defensive strategie führt bei dieser kampffahrt auch nicht immer zum ziel doch hat haben wir das hierblatt und winschnitt die mehrere ziele erfassen verlieren beim battle royale einiges von ihrer stärke das hat professor kukui also beigebracht schön schön und da ist der battle royale willkommen nein nein warte willkommen ne meinst du wirklich dass der das ist ich bin der botschafter des battle royale des glorreichsten pokémon kampfes überhaupt ich weiß es deshalb tue ich das aber dabei noch ist sehr true ja war egal kukui weiter oder seiz ne ne weiter man nennt mich außerdem warum ja außerdem spoilern mir nichts das bis das nächste mal raus war das sieht man das und b muss ich das sonst ist es nicht hinterher logisch Na, guck mal, das schließt doch sogar. Ja gut, aber das nächste Mal, falls jemand kommt, der wirklich wichtig ist für die Story, dann würde ich lieber Stimme verstellen irgendwie. Also so tun, als ob diese Person die Stimme verstellt. Falls es wirklich ein dicker Spoiler sein könnte, wenn man vorher schon weiß, wer es ist. Aber hier ist es ja okay. Ach Gott, ey. Bei mir droppt die Framerate stärker als die Rhymes von Team Skull. Ich habe immer noch so einen Alpen. Ich bringe Tränen an die Battle Royale bei. Ein Stil des Pokémon-Kampfes, der seit Generationen in Allola überliefert wird. Bei dem Battle Royale treten vier Tränen aufeinander ein, mit jeweils drei Pokémon gegeneinander an. Sobald eine der Tränen keine kampffähigen Pokémon mehr hat, ist der Kampf beendet. Von den verbleibenden Tränen wird derjenige zum Sieger gekürt, der die meisten Pokémon besiegt hat, und der die meisten kampffähigen Pokémon übrig hat. Machen wir doch einfach mal eine kleine Proberunde mit nur einem Pokémon. Boah! Mask Royale! Ich will auch mitmachen, bitte! Alles klar, du bist dabei! Du doch! Du machst auch mit! Und mit mir sind wir zu viert! Und mit mir sind wir vier! Echt jetzt? Also dann! Beim Battle Royale wurden tolle Entdeckungen, fantastische Erfahrungen und ein großes Abenteuer auf dich! Der Battle Royale geht los! Auf die Plätze! Fertig! Kommt! Auf die Plätze! Auf die Plätze! Fertig! Bums! Na, mal gucken! Ja, und am Ende gewinnt Kukui! Wir befinden uns im Dom! Das Stadion ist auf den letzten Platz gefüllt! Die Stimmung kocht fast über! Oh Mann! Und hier kommen die Kontrahenten! In der grünen Ecke! Hildegard mit Hulk Hogan! In der gelben Ecke! Pokémon Trainer Tali! Mit Alarabobobetros! In der roten Ecke! Profi Vessler Mars Royale! Mit Wuffels! Und in der blauen Ecke! Team Skull Gladio! Mit Typ Null! Was wird es tun? Finde ich auch gut, dass er sich bei einem offiziellen Turnier mit dem Namen Team Skull Gladio einträgt! Ja! Der Battle beginnt! Alter! Okay! Was soll Hulk Hogan tun? Oh Gott! Die Framerate droppt hier aber genauso gerade! Das ist echt krass! Ja! Es sind ja 8 Modelle und Screen plus Umgebung! Dann würde ich erstmal sagen, sehr effektiv hier! Ja! Außerdem, wenn es nur ein Pokémon ist, naja, dann könnten wir damit den Sieg schon für uns holen! Na ne, wenn der andere dich und das andere NPC weg macht, nicht! Und fertig! Typ Null setzt Tackle ein! Achso! Jetzt ist es so! Oh! Verdammt! Oh! Runde Ende! Sag ich ja! Was? Naja, weil nur mit einem Pokémon gekämpft wird und wenn einer keine Kampfhäden mehr hat, ist es Ende! Achso! Achso ja, dann ist ja... Wow! Na, wie hat es dir gefallen? Beim Battle Royale kann man so viel Spaß haben! Und das Besse ist, dass man auch gegen starke Gegner eine Chance hat! Oder? Oh Gott! Mach du! Ich weiß aber nicht, wie ich den sprechen soll! Oh! 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 Nein! Der witz des... Der witz des A schon durch und B absolut unangenehm gebracht! Ich weiß! Wow! Ah ne, das können wir nicht als Running Gig benutzen! Ne, lieber nicht! Ähm! Ja, aber keine Ahnung, wie sieht der denn? Mach doch einfach ein Ecker! Das ist der Feuer-Trial-Catten! Na, ne, dann! Das war ein heißer Kampf! Als nächstes wirst du bei meiner Prüfung ins Schwitzen kommen! Mark, bist du es? Haha, ja! Der Feuertrainer! Oh, Alter, der sieht so aus, als wären ihm die Haare abgefackelt! Ach, deswegen ist der so schwarz! Und ich dachte, der ist nur zu lange im Solarium gewesen! Ja! Sonst sind er am Feuer gesessen! Ich bin Chiave, der Feuer-Captain! Ich warte am höchsten Punkt des Wähler-Vulkanparks auf dich! Dorthin gelangst du über Route 7! Wenn du deine Insel-Wanderschaft abschließen möchtest, bring deine stärksten Gefährten mit! Okay! Wenn du das nächste Mal mit Mark aufnimmst, dann hätte ich gern Otum von ihm, wie er Insel-Wanderschaft sagt! Insel-Wanderschaft, ja! Okay! Illigat! Tordi! Wie läuft es mit euren Prüfungen? Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, gemeinsam mit eurem Pokémon zu trainieren! Wow! Mask Royal! Woher weißt du denn, dass wir die Prüfungen machen? Na, ich war voll dapp! Ach so! Du musst unsere Insel-Wanderschafts-Abzeichen gesehen haben! Also, mir machen Pokémon-Kämpfe total Spaß! Warum machst du beim Battle Royale mit? Gute Frage! Kalte Schulter! Damit ich erst nicht vergesse, dass Noll und ich nur einander haben! Da passt ja zwei Nullen gemeinsam an! Das klingt hart! Wie mein... Wie mein Insel-Wanderschaft! Das Leben macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man sich mit allen gut versteht! Dann gelingen einem großartige Sachen! Ich kann zwar nicht genau sagen warum, aber mir hat es total Spaß gemacht! Meine Pokémon sahen auch voll glücklich aus! Ja, vor allem aber... Als ich starb! Ja! Arabella, was? Arabella, ich bin nicht nett! Zum Wähler-Vulkan! Pokémon-Pokémon-Rote-7! Ja gut, ab nach Rote-7! Ab nach Fleck-Mon-Rote-7! Auf zum Wähler-Vulkan! Auf zum Wähler-Vulkan! Zum Wähler-Vulkan! Da schmeißt man dann Leute rein, die für den falschen Kandidaten gestimmt haben! Also alle Trump-Wähler! Was ist denn eigentlich da unten? My America Great Again! Äh... Wir müssen aber nach oben, oder? Nee, hä? Hä? Wohin müssen wir denn? Ja, wir müssen... Wir müssen eigentlich nach oben, aber unten gibt's vielleicht was zu entdecken! Ja, ich würd' auch sagen! Boom! Und wir bekommen Sonderbonbon! Alter, wie viele sind das denn? Als gäb's hier nur Tränke, Poke-Bälle und Sonderbonbons, ne? Ja, Sonderbonbons habe ich ja jetzt mittlerweile schon fünf Stück oder so! Ja, krass! In dieser Pokémon-Bohnen! Auf jeden! Mangunior brauche ich nicht! Flüchtig! Ich hab' gehört, keiner respektiert Frauen so sehr wie Mangunior! Oh! Und das ohne, äh, äh, äh... Dings-Pokémon! Schnüffel-Pokémon! Ja, hat halt gestunken, ne? Ja, stimmt! Route 6, gerade Weg! Ja, aber was ist auf der Seite? Äh, nix weiter! Das ist nur ein normales... Der gerade Weg? Ich dachte, das wär' die Avenue Royale! Nee, Avenue Royale ist dann noch ein Stück weiter gleich gewesen! Also, wenn man da... Das ist der Park rechts! Na, das ist... Keine eigene Stadt, sondern der Park da! Na, ne, die ganze... Die ganze Stadt wahrscheinlich, aber die sind halt auch, äh, so voneinander getrennt, dass man, äh, von einem ins nächste, so... Mit diesem, mit diesem Durch-die-Tür-Geh-Sound! Warte mal, sonst ist da nix! Gut, dann... Ratsch! Ach, und wie... Wo... Was? Kantai City? Ah! Klar! Das war vorher das Bismarck! Ja... Los, Tauros, komm mit rein! Was sind die denn? Was ist das denn? Das... Dimensionsforschungsinstitut! Lass mich raten, du willst denn das Dimensionsforschungsinstitut tut? Woher ich das weiß? Ganz einfach! Oben gibt es außerdem DFI nichts! Wow! Hey! Ja, will ich! Jetzt auf einmal! Die Professorin ist leider gerade nicht da! Komm noch einen anderen mal wieder! Was?! Du willst da doch hin! Gibt ja eh nix anderes! Nein, du darfst da nicht hin! Du sollst nicht passen! Auf Akala gibt es tatsächlich drei Captains! Wir sind jeweils... Äh... Sie sind jeweils absolute Experten in Sachen Wasser, Feuer und Pflanzen-Pokémon! Ach, da gibt es sogar drei! Ei, ei, ei! Die kennen wir doch schon alle, du Tröte! Ja, aber ich wusste nicht, dass es... Wer ist denn der Pflanzentyp dann? Maho? Ach so! Oh! Erst wenn hier alles glänzt, wird geschwänzt! Putzen ist wie ein Videospiel für mich, weißt du? Und dieser Raum hier ist der Endgegner! Boah! Ist ein Scheiß-Spiel! Ich würde aber jetzt schon gerne schwänzen! Ich würde gerne schwänzen! Erst wird getänzelt, dann wird geschwänzelt! Jetzt. Zitzen ... Wden Sie zu der Endgegner ist!